Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so geliebten Brot. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so geliebten Brot. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Gekreuzig, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zurecht in Gottes des ermächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Nachlass der Sünden, auf Erstehung des Fleisches und das ewige Leben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärker. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die göttliche Liebe entzünder. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Das erste freudenreiche Geheimnis Die Verkündigung des Erzengels Gabriel an die Jungfrau Maria Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammt. Der Name der Jungfrau war Maria. Lukas 1, 26-27 Vater unser, der du bist im Himmel geheiligt, werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen an. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes. Bitte für uns Sünder. und überflut die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Jesus, schütze und rette die Ungeborenen. Das zweite freudenreiche Geheimnis Der Besuch Mariens bei Elisabeth In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Mariens hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du mehr als alle anderen Weiber. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gesegnet bist du mehr. Gesegnet bist du unter den Weibern und Gesegnet bist du unter den Weibern und Gesegnet bist du unter den Weibern und Gesegnet bist du unter den Weibern. und Gesegnet bist du unter den Weibern Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes und unsere liebe Mutter, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Weibern und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. der Herr ist mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war am Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit O mein Jesus verzeih uns unsere Sünde bewahre uns vor dem Feuer der Hölle führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien O mein Jesus verzeih uns unsere Sünde Jesus schütze und rette die Ungeborenen In jenen Tagen die Geburt des dritten Freudenreiche Geheimnis die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen Dies geschah zum ersten Mal Damals war Quirinius Stadthalter von Syrien Da ging jeder in seine Stadt um sich eintragen zu lassen So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids die Bethlehem heißt Denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids Er wollte sich eintragen lassen mit Maria seiner Verlobten die ein Kind erwartete Als sie dort waren kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn den Erstgeborenen Sie wickelte ihn in Windel und legte ihn in eine Krippe weil in der Herberge kein Platz für sie war Vater unser, der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name Zu uns komme dein Reich Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen Amen Gegrüßet seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weib Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Den du, o Jungfrau zu Bethlehem geboren hast Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weib Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Den du, o Jungfrau zu Bethlehem geboren hast Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weib und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Den du, o Jungfrau zu Bethlehem geboren hast Heilige Maria Heilige Maria Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du O Maria voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weib und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Den du, o Jungfrau zu Bethlehem geboren hast Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Heilige Maria Mutter Gottes Bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du O Maria O Maria voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weib und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Den du, o Jungfrau mit dem Gnadenwirken mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus den du, o Jungfrau zu Bethlehem gebrochen hast Heilige Maria Mutter Gottes und unsere Liebe Mutter bitte für uns arme Sünder den du, o Jungfrau zu Bethlehem geboren hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gloria Patriot Filio Spiritui Sancto Sicud erhet im Principium et nun Getsempel et in Saecula Saeculorum Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus den du, o Jungfrau zu Bethlehem gebrochen hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus den du, o Jungfrau zu Bethlehem geboren hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus den du, o Jungfrau zu Bethlehem geboren hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast Gegrüßet seist du den du, o Jungfrau, zu Bethlehem geboren hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war wie es war am Anfang such jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen O mein Jesus verzeih uns unsere Sünde bewahre uns vor dem Feuer der Hölle führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien Jesus schütze und rette die Ungeborenen Das vierte freudenreiche Geheimnis Jesus wird für Maria und Josef im Tempel dargebracht Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte gab man ihm den Namen Jesus den der Engel genannt hatte noch ehe das Kind im Schoß seiner Mutter empfangen wurde Dann kam für sie der Tag vom Gesetz des Moses vorgeschriebenen Reinigung Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf um es dem Herrn zu weihen gemäß dem Gesetz des Herrn in dem es heißt Jede männliche Erstgebot soll dem Herrn geweiht sein Auch wollten sie ihr Opfer darbringen wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt ein paar Trotteltauben oder zwei junge Tauben Vater unser, der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem bösen Arm gegrüßt Gott ist bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens gegrüßt 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 seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Gegrüßt seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßt seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßt seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme der Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßt seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus den du o Jungfrau zu Bethlehem geboren hast den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast Heilige Maria Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßt seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßt seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Gegrüßt seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßt seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus den du o Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war am Anfang so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit Amen O mein Jesus verzeih uns unsere Sünden bewahre uns vor dem Feuer der Hölle führe alle Seelen in den Himmel und komm uns vom Irrtum zu befreien Jesus schütze und rette die Ungeborenen Das fünfte freudenreiche Geheimnis Jesus wird im Tempel wiedergefunden Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem Als er zwölf Jahre alt geworden war zogen sie wieder hinauf wie es dem Festbrauch entsprach Nachdem die Festtage zu Ende waren machten sie sich auf den Heimweg Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem Ohne dass seine Eltern es melkten Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel Er saß mitten unter den Lehrern hörte ihnen zu und stellte Fragen Alle die ihn hörten waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten Lukas 2, 41 bis 47 und über seine Antworten Vater unser, der du bist im Himmel Geheiligt werde dein Name Zu uns komme dein Reich Dein Wille geschehe Wie im Himmel, so auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute Und vergib uns unserer Schuld Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen Und führe uns nicht in Versuchung Sondern erlöse uns von dem Bösen Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Und überflute die ganze Menschheit Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Den du, o Jungfrau, im Tempel Und du, o Jungfrau, im Tempel Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Die überflute die ganze Menschheit Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Und überflute die ganze Menschheit Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Und überflute die ganze Menschheit Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Und überflute die ganze Menschheit Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria Voll der Gnade Der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weibern Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus Den du, o Jungfrau, zu Bethlehem Im Tempel wiedergefunden hast Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Und überflute die ganze Menschheit Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Und gebenedeit ist die Frucht deiner Liebes Jesus Den du, o Jungfrau, dem Tempel wiedergefunden hast Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Und überflute die ganze Menschheit Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen Gegrüßet seist du, o Jungfrau, dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Den du, o Jungfrau, dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade Der Herr ist mit dir Bist gebenedeit unter den Weibern Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Den du, o Jungfrau, im Tempel wiedergefunden hast Heilige Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Sünder Und überflute die ganze Menschheit Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gloria Patri et Filiat Spiritui Sancta Sicult Eret in Principia et Nun Get Semper Et in Saecula Saeculorum Amen O mein Jesus Verzeih uns unsere Sünde Bewahre uns vor dem Feuer der Hölle Führe alle Seelen in den Himmel Und komm uns vom Irrtum zu befreien Jesus schütze und rette die Ungeborenen Gegrüßet seist du, o Königin, Mutter der Barmherzigkeit Unser Leben, unsere Wanne und unsere Hoffnung sei gegrüßt Zu dir rufen wir verbannte Kinder Ephes Zu dir seufzen wir trauend und weinend in diesem Tal der Tränen Wohl an den unsere Fürsprecherin Wende deine barmherzigen Augen uns zu Und nach diesem Elend Zeige uns Jesus Gebenedeite Frucht deines Leibes O gütige, o milde, o süße Jungfrau Marie Bitte für uns auf das wir würdig werden der Verheißungen Christi Herr, erbarme dich unser Christus, erbarme dich unser Christus, erbarme dich unser Herr, erbarme dich unser Herr, erbarme dich unser Christus, höre uns Christus, erhöre uns Gott, Vater vom Himmel Erbarme dich unser Gott, Sohn, Erlöser der Welt Erbarme dich unser Gott, Heiliger Geist Erbarme dich unser Heilige Dreifaltigkeit Ein Einiger Gott Erbarme dich unser Heilige Maria Bitte für uns Heilige Gottes Heilige Mutter Gottes Bitte für uns Heilige Jungfrau der Jungfrauen Bitte für uns Mutter Christi Bitte für uns Mutter der Kirche Bitte für uns Mutter der göttlichen Gnade Bitte für uns Bitte für uns Du reine Mutter Bitte für uns Du keusche Mutter Bitte für uns Du unversehrte Mutter Bitte für uns Du unbefleckte Mutter Bitte für uns Du liebenswürdige Mutter Bitte für uns Bitte für uns Bitte für uns Du weise Jungfrau Du weise Jungfrau Du weise Jungfrau Bitte für uns Du weise Jungfrau Bitte für uns Du mächtige Jungfrau Du mächtige Jungfrau Du weise Jungfrau Bitte für uns Du weise Jungfrau 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 Bitte für uns Du weise Jungfrau Bitte für uns Bitte für uns Du weise Jungfrau Kranzes, bitte für uns. Du Königin der Familien, bitte für uns. Du Königin des Friedens, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, oi. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, oi. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Lamm Gottes, bitte für unsere heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der Verheißung in Christi. Gütiger Gott, du hast allen Menschen Maria zur Mutter gegeben. Höre auf ihre Fürsprache. Nimm von uns die Traurigkeit dieser Zeit. Dereinst aber gib uns die ewige Freude. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kind der Liebe, uns allen deinen Segen gib. Amen.